Wie verrichtet man das Eid-Gebet? Das Eid-Gebet besteht aus zwei Rakha, das heißt aus zwei Gebetssequenzen, die laut gebetet werden. In der ersten Rakha liest man, erstmal sagt man den Takbir siebenmal mit dem Takbirat al-Ihram. Das heißt insgesamt sagt man Allahu Akbar beim ersten Mal und dann sagt man noch weitere sechsmal Allahu Akbar. Dann liest man die Fatiha und Surat al-A'la gemäß der Sunnah. Und dann in der zweiten Rakha, wenn man aufgestanden ist, Allahu Akbar gesagt hat, zur zweiten Rakha aufgestanden ist, jetzt steht, dann sagt man nochmal fünfmal den Takbir und liest dann nach der Fatiha Surat al-Ghashiyah. Surat al-Ghashiyah, so ähnlich wie man das auch am Freitag macht oder wie es eine Sunnah ist. Und das war es auch, das Gebet besteht aus zwei Rakha. Und wenn man es verpasst hat, dann holt man es auch nicht nach, wer es verpasst hat, hat es verpasst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann die gute Absicht schreiben. Und dieses Gebet, liebe Geschwister, wird verrichtet irgendwann, nachdem die Sonne ein bisschen aufgegangen ist und vor dem Zuhurgebet. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa alhamdulillah bil'alamin.